Herzlich willkommen zu dem neuesten Podcast von dem biblischen Weg. Mein Name ist Philipp Daniel Frey. Heute reden wir über Elia. Wir haben eine Serie schon von sehr vielen Menschen in der Bibel angesehen, oder miteinander zusammengesprochen. Wenn du sie möchtest anhören, kannst du sie jederzeit anhören auf den verschiedenen Podcast-Kanälen oder auf dem YouTube-Kanal. Aber heute möchten wir reden über Elia. Nun, Elia ist ein Mann, wo speziell war, insofern, dass er in einer Zeit gross wurde, die man sehr gut auch auf diese Zeit nehmen kann. Viele Menschen folgten Jesus Christus nicht mehr nach, oder Gott in diesem Fall. Viele Menschen, Ahab war der König. Es gab, ich sage jetzt einmal, mehr oder weniger, immer weniger Propheten, die überhaupt noch das Wort des Herrn sprachen, weil sie einfach Angst hatten vor dem König. Viele von ihnen wurden irgendwo versorgt, ganz speziell von Abatia. Und dann haben wir trotzdem einen Mann, der ging in die Bresche und sprang nach vorne. Und es steht in 1. Könige 17. Für sein Sinne sprach Elia, der Tisbiter, aus dem Bürgen Gileads zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, von dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn, das Wort des Herrn kam zu ihm und sprach, gehe weg von hinnen und wende dich gegen morgen, das ist Osten, und verbirg dich am Bach Krit, der gegen den Jordan fleust. Und so ist von Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich da selbst sollen versorgen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und ging weg und setzte sich am Buch Krit, der gegen den Jordan fleust. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends und ertrank des Bachs. Nun, hier haben wir einen Mann, der bekam ein Wort vom Herrn, und er hörte, und er tat es. Nun, du musst wissen, Ahab war der König zu dieser Zeit. Es ist nicht so, dass wenn der König gegen Jesus oder gegen Gott ist, dass es so einfach ist, einfach für den Namen des Herrn zu sprechen. Wir haben im letzten Podcast über Petrus gesprochen, er war ganz ähnlich. Pharisäer, Salizäer waren gegen Jesus Christus und verboten, allen über ihn zu reden, aber Petrus tat es trotzdem und sprang in die Bresche. Und Elia war etwas ganz Ähnliches. Es war der Grund, oder es war eigentlich Elia, der den Namen des Herrn hochhielt und es in die Bibelschaft und für uns heute noch so ein Beispiel ist. Noch einmal, man muss die Parallelen auch sehen, und man muss sehen, wie extrem heute die Ablehnung ist gegenüber dem wahren Gott. Es sind heute die politischen Führer, die lieber reden über irgendwelche komischen wissenschaftlichen Dinge, die überhaupt nicht stimmen, wie zum Beispiel die Evolution, die falsch erwiesen wurde, schon hunderte Male, aber sie wird heute noch von Steuergeldern bezahlt und immer mehr nimmt er Druck zu gegenüber Christen, gegenüber wahre von neuen geborenen Christen, die das Evangelium predigen. Man gibt ihnen irgendwelche Stigmas von, ich sage jetzt mal Fanatiker bis zu Querdenker, ich weiss nicht, was sie alles sagen. Nur die Tatsache ist, dass ein von neuen geborener Christ, genauso wie Elia, einfach eines tut und das ist, das sagt ein Herr. Und Elia tat nicht nur, was Gott sagte, in einer Zeit, wo es schwierig war, er vertraute auch, dass der gleiche Gott ihn durchbrachte. Und es steht im Versieben, es geschah nach etlichen Tagen, dass der Bach vertrocknete, es war kein Regen im Lande. Und interessanterweise, es war das Wort von Elia, das soweit führte, dass niemand mehr oder das Wasser eine grosse Realität wurde. Interessanterweise sehen wir, ich glaube, wir werden anhand von der Bibel etwas ähnliches sehen, mindestens spätestens in der Trübsal werden Menschen ein Wasserproblem haben. Also wenn du wirklich willst gut investieren und du hörst diesen Podcast an und du sagst dir, wie kann man investieren, alles andere interessiert mich nicht, weil man was mit dir sagen, du fangst an in Wasserquellen und Wasser zu investieren und schaust, dass du immer genügend Wasser hast. Und die Bibel sagt, in Vers 8, da kam das Wort des Herrn zu ihm und sprach, mache dich auf und gehe gegen Zarpath, welches bei Zidon liegt, und bleibe da selbst, denn ich habe da selbst eine Witwe geboten, dass sie dich versorge. Und er machte sich auf und ging gegen Zarpath. Siehe, er diskutierte nicht mit dem Herrn. Viel zu viele Menschen heute fangen an, mit Gott zu diskutieren ständig. Und sagen, warum, 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 warum. Das ist ein Merkmal, was man von all diesen Männern Gottes sah, dass sie nicht anfingen zu diskutieren mit dem wahren Gott. Wenn Gott etwas sagte, taten sie es. Und sie taten es aus Überzeugung. Und sie taten es von ganzem Herzen. Sicherlich etwas, was heute ein grosser Mangel wurde. Hier ist, Gott sagt, geh zu Ahab. Er tat es. Gott sagt, geh zu diesem Bach, Kritt, und er tat es. Und er sagt, geh nach Zarpath, und er tat es. Es gab keine grosse Diskussion. Wenn du eines lernen musst, mit dem Herrn ist, erstens, du musst Zeit für ihn haben, und zweitens, du solltest aufhören, mit ihm zu diskutieren. Und das ist etwas, was diese Männer, wo wirklich benutzt wurden, auch Frauen, die wirklich benutzt wurden von dem Herrn, taten. Sie diskutierten nicht. Heute sind wir eine Gesellschaft geworden, die ständig diskutiert. Über alles und jeden einzelnen Punkt. Und Daher kamen die Türen der Stadt, siehe, der war ein Witwe, und las Holz auf, und er rief ihr und sprach, hol mir ein wenig Wasser im Gefäss, dass ich trinke. Da sie aber hinging zu holen, rief er und sprach, bringe mir auch ein bisschen Brot mit. Und hier haben wir einen Mann, der nicht nur wusste, dass wenn Gott etwas sagte, dass es so ist, er hatte auch ein gewisses Selbstwertgefühl, und wusste, er ist der Mann Gottes, und sagte jemandem etwas zu tun, und schaute die Reaktion an. Siehst du, das ist auch etwas, was wir heute nicht mehr sehen. Ein Mensch, der wirklich glaubt, an was Gott sagt, und glaubt, dass er immer durchkommt. Jetzt kommt eine ganz besondere Begebenheit in Vers 12. Sie sprach, So war der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, ohne eine Handvoll Mehl im Katt und ein wenig Öl im Kruge. Und siehe, ich habe ein Holz, oder zwei aufgewiesen, gehe hinein und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Und diese Frau wusste ganz genau, meine Möglichkeiten sind erschöpft, ich habe nichts mehr, ich bin am Ende. Und hier haben wir einen Mann Gottes, der zu ihr kam, einen wildfremden Mann, den sie nicht kannte, aber sie wusste, sie merkte, dass er nicht einfach ein gewöhnlicher Mann war, weil jetzt kommt die entscheidende Stelle in Vers 13, und er sprach zu ihr, fürchte dich nicht, gehe hin und mache es, wie du gesagt hast, doch mache mir am ersten ein kleines Gebackenes davon und bringe mir es heraus, dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch machen, denn also spricht der Herr. Und jetzt wusste sie, das war kein ganz, ich sage jetzt mal, 0815 Mann. Und interessanterweise prüfte er sie, indem er sagte, mach mir zuerst. Weisst du, dass wir heute unsere Prediger immer zuletzt betrachten und immer sagen, die können alles irgendwie in Frontdienst machen. Es ist leider heute so in Europa, dass die meisten Prediger das so als Teilzeit oder als Nebensache machen und sagen, dafür soll man auch nicht bezahlt werden. Wie in all dieser Welt können wir heute noch Menschen haben, die sich voll einsetzen für den Herrn und für die Menschen und ihnen sagt, das sagt der Herr, wenn wir nicht mehr für sie sorgen. Der gleiche Fehler machte Israel mit den Leviten und irgendwann fingen die Leviten an, ein Geschäft zu betreiben und hat nicht mehr gesagt, das sagt der Herr. Das ist ein grosses Problem. Und Elia war ein Mann, der wusste, wer er ist. Und hier ist, alles was er tat, hier war nicht Sünde. Im Gegenteil, er prüfte diese Frau, er prüfte, ob er wirklich bei ihr sein konnte und ob sie es wert war, bei ihm zu sein. Und er spricht im Vers 14, und also spricht der Herr, der Gott, der ist er, das Meer im Kalt soll nicht verzehret werden und den Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, der der Herr regnen lassen wird, auf Erden. Sie ging hin und machte, wie Elia gesagt hat. Und hier bist du eine Witwe und hier kommt irgendein Mann und wenn du einmal, ich sage jetzt mal, in deiner Bibel ein bisschen weiterliest, weisst du, dass Elia nicht unbedingt ein Mann war, der so wunderbar ausschaute. Elia war ein Mann, der sich, der sehr rund um mit der Herr war, mit der Natur. Wir wissen das, weil Johannes hatte den Geist von Elia und wir wissen, ich meine Johannes der Täufer, und wir wissen, wie er so rumlief. Nun, hier kommt dieser Mann und sagt dir, hör zu, was du gesagt hast, ist eine gute Idee, mach mir zuerst und ich sage dir, all das, du wirst überleben, weil der Krug wird niemals leer werden und das Öl wird immer da sein. Denn das ist eine sehr spezielle Aussage und was mir am meisten imponiert und jeder, der heute diesen Podcast hört, sollte eigentlich sagen, wann fängst du an, auf die Verteidigung des Herrn zu vertrauen? Nun, Gott war mit diesem Mann, offensichtlicherweise und er glaubte und er hatte keine Probleme zu glauben. Woher nahm Elia diesen starken Glauben? Ich glaube, es war zum einen Erfahrung, zum anderen war er extrem belesen innerhalb von Gottes Wort, was es bis dahin gab. Und es war ihm klar, es gibt nur einen Gott. Und genau das, was er sagte, war passiert. Vers 16, das Medimkat war nicht verzehrt und dem Ökrum mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia. Nun, in Vers 1 von Kapitel 18 und über eine lange Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr, also das heisst nach drei Jahren. Drei Jahre lang ging das so weiter. Weisst du, was du daraus lernen kannst? Wenn Menschen für den Mann Gottes sorgen, wird Gott sich um sie sorgen. Das ist interessant, dass man das heute vergisst, aber wir haben heute ganz etwas Ähnliches. Wir haben heute eigentlich einen extremen Mangel an Gottes Wort, das gepredigt wird. Heute möchten die Prediger leider lieber über 100.000 Bibeln reden. Sie haben nicht mehr nur eine Bibel. Leider fangen sie an über komische Lehren zu lehren, wie Postmianismus oder Flüchtlinge oder Corona oder sonst irgendetwas, anstatt sie würden sich weiterhin kümmern um was sagt den Herrn. Das war eigentlich was Elia tat. Diese Frau vertraute darauf und wurde drei Jahre versorgt. Ich glaube, dass Menschen heute versorgt werden, wenn sie anfangen, den Mann Gottes gut zu behandeln. Und in Kapitel 18 Vers 1 Im dritten Jahren sprach Geh hin und zeig dich Abak, dass ich Regen lasse und Elia ging hin. Noch einmal, hier hast du den grössten Feind von Elia, Ahab, der Elia suchte, der ihn töten wollte. Woher wissen wir das? Denn als er zu Obadia kam, da begegnete ihm Elia Vers 7 und da er in Kante wieder auf sein Antlitz und sprach Bist du nicht mein Herr Elia? Er sprach Ja, gehe hin sage deinem Herrn sie Elia ist hier Er aber sprach Was habe ich gesündigt dass du deinem Knecht wirst in die Hände haubs geben dass er mich töte So war der Herr dein Gott lebt Es ist kein Volk noch Königreich dahin mein Herr nicht gesandt hat dich zu suchen Und wenn sie sprachen er ist nicht hier nahm er ein Eid von dem Königreich und Jesus Christus Es ist heute dieser Wahnsinn von Prediger die denken sie müssen hier hunderttausende von Worte bringen anstatt sie sagen ganz einfache Predigten was sagt ein Herr Es ist nicht in der Menge der Worte wo es braucht Nun Elia hat niemals gezweifelt an Gottes Wort Elia sagte nicht Ja gut Gott will mich zu meinem grössten Feind schicken das geht nicht weil ich könnte Angst haben wir wissen dass er am Ende seines Lebens als oder vielleicht nicht unbedingt am Ende aber dass er wegrammte vor Isabel und das hat er dem Herrn überhaupt nicht gefahren nahm ihn früh reif weg aber ich glaube dass Elia eine Chance bekommt weil er in der Zukunft noch einmal als Prediger auf dieser Erde sein aber das ist was Gott sagte er steht das gar nie in Frage und Obat war so weise und tat genau was er hatte zu tun und es steht in Vers 13 ist meinem Herrn nicht angesagt was ich getan habe da Isabel die Propheten des Herrn erwürger ist es nicht heute ganz ähnlich heute werden die Propheten die wahren Prediger des Herrn werden weg gemacht weil man sie nicht mehr will man lieber hört irgendwelchen verrückten wenn man heute die Nachrichten oder den Fernseher sieht dann sieht man nur noch diese komischen Leute daherreden aber wir sehen nicht mehr wahre Prediger wie Elia und das ist was mir gefällt Männer wie er und ich nenne sie die Navy Seals es sind Menschen die sind die Stoss sie gehen voran sie gehen auch wenn alle Widerstände gegen sie sind und hier hast du einen Elia der genau das tat er hatte obatia hundert versteckt und versorgte sie mit rotem Wasser und preist Gott dass er das tat aber es war Elia der schlussendlich von Gott benutzt wird der Prediger und er sagte zu ihm geh hin sagt einem Herrn Elia ist Hirn dass er mich erwürge er hatte keine Angst vor diesem Mann wenn er etwas man lernen muss als neugeborener Christ ist man braucht keine Angst zu haben vor Menschen heute gibt es viel zu viel Furcht vor Menschen jeder hat irgendwie das Gefühl oh ich kann nicht mit zu vielen Leuten reden vielleicht können sie es mir übernehmen oder was denken sie Elia war das ziemlich egal ihm war viel wichtiger was sagt den Herrn und er er wusste Gott ist mit mir und Elia sprach so war der Herr vor dem ich stehe ich will mich ihm heute zeigen da ging Abad er hin Ab entgegen und sagte dieser Mann und Ab ging Elia entgegen da Elia sah sprach Abad zu ihm bist du der Israel verwirrt er sprach ich verwirre Israel nicht sondern du und deines Vaters Haus damit ihr das Herrn Gebot verlassen habt und wandelt Baul ihm nach heute hast du einen Haufen Christen die sagen man kann nicht mehr gegen die Regierung sprechen man kann gegen sie reden wenn sie anfangen zu predigen gegen den Herrn und jawohl es sind die politischen Führer in unseren Landen die lieber Hurerei treiben mit muslimischem Glauben mit katholischem Glauben aber nicht mehr mit dem wahren Gott und sogar mit Evolution alles nehmen sie ausser dem wahren Gott und Gott erinnert euch nicht Gott lässt sich nicht spotten und das ist genau wo man muss seinen Punkt setzen wo man muss sagen bis so weit und nicht weiter wo ist dein Punkt wo du sagst da kann ich nicht mehr weiter gehen das ist nicht korrekt so geht es nicht und das ist die Frage die man sich stellen muss für Elia war das klar Elia folgte nicht einem Mann nach der er genau wusste war vollkommen verführt und verwirrte wie er sagt Israel und er wandelt Balim nach einem falschen Gott er folgte dem wahren Gott nach und es war Elia der schlussendlich wieder Regen nicht nur Regen brachte es war Elia der das Volk Israel säuberte von diesem Baals Priester das war ein Mann der eine Kraft hatte und einen Glauben den man heute selten sieht und es war wenn wir hier gehen in Vers 44 von dem gleichen Kapitel und im siebten Mal sprach sie es geht ein kleine Wolke aus dem Meer wie eines Mannes Hand er sprach gehe auf und sage ab spanne an fahre hinab dass dich der Regen nicht ergreife und jemand zusah war der Himmel schwarz von Wolken und Wind und kam ein grosser Regen ab aber fuhr und zog in Israel und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Lenden und lief vor Ab ab hin bis er kam gen Israel das heisst er war schneller wie Ahab nun diese Dinge solche vielleicht Wunder passieren heute nicht mehr aber was es heute braucht ist Menschen mit diesem Einfluss und mit diesem Mut den Elia hatte Elia vertraute so dem Herrn dass ihn bis Sebel nichts erschütterte und nach drei Jahren regnete es wieder weil er dafür bat ist dein Gebetsleben so stark dass wenn du etwas bittest das ist was das Glauben braucht und das ist wo Elia von Gott benutzt wurde und im Ende kann man nur eines sagen wo bist du in deinem Leben bist du so ein Held wie Elia bist du so ein Mann der oder eine Frau die wirklich sich nicht fürchtet vor Menschen sondern sich vielmehr fürchtet vor dem Diskussionen muss man sich selber fragen aber weiss ist es wenn man es tut das ist wofür wir stehen hier von dem biblischen Weg das ist der biblische Weg Mut zu haben für den Herrn und hinaus zu gehen für den Herrn wir hoffen dieser Podcast hat dir gefallen du hast ganz so gerne auf uns zukommen komm auf unserer Webseite oder auf unseren YouTube Kanal abonniere diesen Podcast und wir hoffen dass du nächste Woche wieder dabei bist wenn es heisst der biblische Weg